Trinkwasser, so viel man benötigt, an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, natürlich, gut und preiswert. In Südhessen und dem Rhein-Main-Gebiet stellt Hessenwasser für über 2 Millionen Menschen Trinkwasser bereit. Wirtschaftlich, zuverlässig und sicher. In derzeit 39 Anlagen fördern wir Trinkwasser und bereiten es nach dem neuesten Stand der Technik auf. Mit einer Jahresabgabe von rund 110 Millionen Kubikmetern sind wir einer der leistungsfähigsten Wasserversorger Deutschlands. Unsere Gewinnungsanlagen liegen verteilt in der gesamten Region. Vom hessischen Ried, über das Frankfurter Stadtgebiet, den Quellen im Vogelsberg und Spessart, bis zu den Quellstollen im Taunus und dem Wasserwerk in Wiesbaden-Schierstein. Über ein regionales Leitungsverbundnetz von 380 Kilometern Länge sichern wir die Trinkwasserversorgung der Ballungsräume und der Region. Mit nachhaltiger Grundwasserbewirtschaftung und flächendeckendem Grundwasserschutz schonen wir die Ressourcen und erhalten die Grundwassergüte. Intensive Überwachung macht Trinkwasser zum bestkontrollierten Lebensmittel. Hessenwasser sichert die Qualität vom Brunnen bis zum Zapfhahn. Unser Zentrallabor birgt dafür. Wirtschaftliches Handeln und fachliche Kompetenz machen uns zu einem zuverlässigen Partner für Kommunen, Verbände und Großkunden. Hessenwasser. Mit Sicherheit gutes Trinkwasser. Wir sorgen dafür. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017